... noch ein Stürmer her, ohne dass ich Sie jetzt auf Namen festlege und ich bin mir sicher, Sie würden mir keinen verraten. Ich sage nur mal drei verschiedene Typen oder Kategorien. Also eines, Tevez, 40 Millionen, das andere ist Adebayor, der ohne Rücknummer bei Real Madrid ist und dritte wäre Cissé, Bundesliga, 12 bis 15 Millionen. Wer würde Ihnen am ehesten zusagen? Ich würde mich für Messi entscheiden. Da müssen Sie aber noch ein paar Champions League Qualifikationen machen. Nein, aber das ist... Und Sie brauchen noch einen Stürmer. Das ist schon richtig, was Sie sagen, aber das ist unheimlich schwierig, jetzt in dem richtigen...